Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir hier auf weiter Flur einmal mehr erfolglos nach einer Mobkeule gesucht und diese lange zermürbende Suche werden wir einmal mehr vorerst aufgeben und uns wieder Nebenquests zuwenden. Und zwar dachte ich da an eine im Dorf der Orni, also werden wir uns da schnurstracks hin teleportieren und uns dort auf die Suche nach Arbeit begeben. Doch dafür müssen wir natürlich erstmal den Auftraggeber finden, der sich hier irgendwo versteckt. Und zwar irgendwo, oh wie niedlich, die fünf Küken des Dorfes singen bei Untergehen der Sonne. Sehr romantisch. Aber wir sind nicht gekommen, um den schönen Sonnenuntergang zu bewundern, sondern um zu arbeiten. Also auf geht's. Wir sollten hier fündig werden. Keine freien Betten brauchen wir? Nee. Wir suchen jemanden. Nur wo sich diese Person versteckt ist die Frage. Du eventuell? Hast du Arbeit? Hm, ja du bist es. Ich hab immer in der Kukutia-Schlucht patrouilliert, um ein Auge auf den Drachen dort zu haben. Wirklich, ein beeindruckender Anblick. Du bist aber wegen Medo über unserem Dorf hergekommen, stimmt's? Äh, nee. Das war einmal. Jetzt bin ich aus einem anderen Grund hier. Jetzt wo meine Arbeit beinahe getan ist, die Titanen sind schließlich besänftigt, schlage ich mich erst mal durch als schmutziger Kopfgeldjäger. Oder so. Aber das Spiel hat wirklich große Mühe. Oh, das hier alles zu berechnen. Bin ich schon zu weit draußen? Du solltest es sein. Ja, du bist es auch. Guten Tag. Du bist zu einem guten Zeitpunkt gekommen. Vor einer Weile hatten wir ziemlichen Ärger mit diesem Medo. Aber das hat sich zum Glück gelegt. Hm? Wolltest du mich irgendwas fragen? Wie läuft so? Wie es läuft? Ha, so lala würde ich sagen. Ist dir auch egal. Hör mir lieber zu. Ich hab ihn gesehen. Einen Glatzirock. Glatzirock? Genau. Ein Koloss aus Eis. Ich geh mir nichts. Ich geh mir nichts. Dir nichts meines Weges. Da steht so ein Ding plötzlich vor mir. Hatte ich eine Angst. Er war irgendwo in der Richtung des Blizzard-Tals. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie groß er war. Einer der alten Recken hätte wahrscheinlich kurz einen Prozess mit dem Ungetüm gemacht. Und? Da hast du ja Glück, dass ich auf der Suche nach einem Job war. So. Mehr Details bitte. Im Blizzard-Tal. Die Sahne Wächter im Dorf der Orni glaubt, einen Glatzirock im Blizzard-Tal gesichtet zu haben. Siehst du dort einen Glatzirock, solltest du versuchen, ihn zu besiegen. Was heißt hier versuchen? Das machen wir einfach. Im Blizzard-Tal. Das ist... Das ist... Das ist... Eine gute Frage. Wo das ist? Das Blizzard-Tal. Ach da natürlich. Eventuell hätte es auch geholfen, nach dem Missionspunkt zu suchen. So. Jetzt haben wir es ja. Da ist das Blizzard-Tal. Wie wir da am besten hinkommen, ist die Frage. Ich würde sagen, über den Hebra-Gipfel. Das sollte der günstigste magische Teleportationsflughafen oder so sein. Also nichts wie hin. Mal sehen, wo sich da ein Glatzirock rumtreibt. Den wir hoffentlich im Nu schmelzen werden. Aber erst muss ich mich mal vor der Kälte schützen. So. Das funktioniert so nicht. So dafür umso besser. Aber ich bin immer noch zu dünn angezogen. Selbst das große Feuerschwert kann mich nicht vollumfänglich schützen. Dafür aber die Orni-Rüstung. So. In die Richtung müssen wir. Auch wenn der Wind es nicht so recht zulassen möchte. Wer weiß, was die Matrix hier zu verstecken hat. Vielleicht irgendwelche geheimen Projekte, von denen wir nichts wissen sollen. Oder vielleicht einen unfertigen Ort, der die Matrix zum Zusammenbruch zwingt, wenn wir ihn betreten. Wir wissen es nicht, was wir dafür umso besser wissen, ist, dass unser Ziel direkt unter uns liegt. So, Moment. Aber zunächst einmal könnte es durchaus helfen, das andere Gesindel hier loszuwerden. So, ohne dabei gänzlich unsere Ausdauer zu verbraten. So, und so. So, hallo. Mist. Gemein. Frechheit, dass sie sich nicht einfach brav abschießen lassen. Natürlich müssen jetzt auch noch Untote dazukommen. Sehr, sehr nervig ist das. Na, kommt schon her. Macht es doch nicht noch komplizierter und langwieriger. Wirklich helfen wird es euch nichts. So, Moment. Ungut. Ungut. Eine Unannehmlichkeit, aber keinesfalls ein Problem. So, Moment. Jetzt reicht's aber. Endgültig und eindeutig. So. Gute Nacht. Und diesmal für immer. Das brauchen wir. Braucht man das? Das braucht man nicht. Also nehmen wir es auch nicht mit. Das sowieso nicht. Jetzt. Haben wir aufgeräumt. Und können uns nun ohne kleinen Kram auf die Suche begeben. Ach, da ist er. Ich dachte, aus dem wird er auferstehen. Aber nein. Da ist unser Glatierock. Nicht wahr? Wohl wahr. Nicht wahr. Wohl wahr. Doch. So. Ein kleiner Ritt auf ihm zur Begrüßung. Ist ja eine Frage der Ehre. Das war ungut. Ah, verstehe. Ich kann nicht so einfach auf ihm rumspazieren. Gut zu wissen. Macht aber auch nichts. Ich sollte aber langsam mal ein bisschen Nahrung zu mir nehmen. Eventuell. Auch wenn es natürlich nicht unser erster ist. Sollten wir mit diesem Herren nicht allzu leichtfertig umgehen. Denn ein Game Over müssen wir nicht unbedingt riskieren. Wegen solch einem gewöhnlichen Vieh. So. So macht man das. Wunderbar. Wunderbar. Ein kurzer schmerzloser Schnitt durch die Aorta. Oder so. Oder so ähnlich. Das wäre das gewesen. Wir können nun also zurück zu unserem Auftraggeber reisen und die freudige Nachricht verkünden, dass hier jetzt kein Glatzrock mehr rumspukt. Ging problemlos über die Bühne, wenngleich ich auch erst den falschen Eisbrocken angepeilt habe. Aber der erste war ein bisschen zu groß für einen Glatzrock. So. Huch. Nee. 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 Ich habe mich ihm zu sehr genährt. Nein. Ich wollte nur seine Höhe nutzen um schnell zurückzukommen zum Orni, der mich beauftragt hat auf Kopfgeldjagd zu gehen. Gut, dass das nicht mein hauptsächlicher Job ist, sonst würde ich wohl bald den Hungertod sterben, wenn ich die falschen Ziele angreife. Guten Abend, kann ich helfen? Ich habe es besiegt. Was? Du hast den Glatzrock vom Blizzatal besiegt? Im Ernst? Ich hätte nie gedacht, dass in Hylianer gegen dieses Monstrum ankommen würde. Du hast mir sehr geholfen. Denn wäre das Ding dem Dorf nahe gekommen, hätte ich dagegen kämpfen müssen. Hier hast du eine Belohnung. Einen Hunderter. Danke sehr. Das wäre geklärt. Sehr, sehr schön. Nun gut. Brauchen wir hier irgendwas, wo gerade ein Stall da ist? Aber hallo, da haben wir den nächsten Auftraggeber. Den hatte ich tatsächlich gar nicht eingeplant. Nachts wird es wirklich furchtbar kalt. Jetzt was richtig scharfes. Und Reis, mal überlegen, jetzt weiß ich's. Ich habe Hunger auf Curryreis. Ich habe zwar Hyrule-Reis, den man braucht, um Curryreis zu kochen, aber das Coronengewürz ist mir ausgegangen. Ich kann nicht einfach losziehen und den Stall sich selbst überlassen. Sag mal Reisender, wenn du zufällig etwas Coronengewürz findest, könntest du es mir bringen? Kein Problem, ich glaube, ich habe ein paar Fläschchen davon rumfliegen sogar. Oh, da wäre ich dir wirklich dankbar. Wenn man friert und sich aufwärmen möchte, geht doch nichts über ein Curryreis. Oh, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Echtes Coronengewürz. Reisender, könnte ich dich dazu überreden, mir das Coronengewürz für 50 Rubine zu überlassen. Wie viel haben wir dafür bezahlt? Ich weiß es nicht, ich glaube, es waren sogar 50 so oder so. Du bekommst es gerne, ich brauche es immerhin derzeit nicht. Ich danke dir. Mit Coronengewürz und Hyrule-Reis koche ich schön würzigen Curryreis. Der wärmt Körper und Geist. Hier, bitte, 50 Rubine. Dankeschön. Wenn du wieder etwas Coronengewürz findest, würdest du es mir geben? Nächstes Mal bekommst du Hyrule-Reis dafür. Probier doch mal Coronengewürz und Hyrule-Reis mit anderen Zutaten zu kombinieren. Auf diese Weise erhält man verschiedene Arten von Curry-Reis. Sind wir hier schon in Gala oder wie? Anscheinend so. Wir haben einen alten Feinschmecker sehr glücklich gemacht, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Lag auf dem Weg und war schnell gelöst. Und sonst brauchen wir hier eigentlich nichts mehr. Es gibt hier nicht zufällig noch mehr Quests. Ich glaube aber nicht. Terry brauchen wir gerade nicht. Ich habe erst Pocahontas gelesen. Nein, das ist Pontus, der friedlich vor sich hin schnarcht. Die Pocahontas, die ist woanders gerade. Und wer bist du? Ariane. Ein Kunde. So spät in der Nacht. Äh, kommt drauf an, welche Ware oder Dienstleistung du anbietest. Ähm, ja. Wenn du den Stall nutzen möchtest, sprich am besten mit dem Inhaber hinter dem Schalter. Ah, oh, sie gehört zum Personal des Stalls. Okay, weil sie hier so einsam und verlassen saß. Ne, die Gerüchteküche kennen wir schon. Dieses Rezept können wir mal nachkochen, aber ansonsten sind wir hier fertig. Diese Hirschkuh darf sich weiter ihres Lebens freuen. Die Bären können wir noch ernten, aber sonst haben wir es geschafft. So, wo geht's als nächstes hin? Ich würde sagen, es verschlägt uns als nächstes. Hm. Eine gute Frage. Ich würde sagen, als nächstes verschlägt es uns nach Taburasa, denn dort gibt es auch noch ein paar Quests, die auf uns warten. Viele Bittsteller, die verzweifelt auf ihren persönlichen Alltagshelden warten, also möchte ich sie nicht länger suchen und hoffen lassen, sondern begebe mich direkt dorthin mit unserer guten Tesla mal wieder. Ah, nee, richtig, die ist ja gerade noch im Stall, äh, dann mit dem Eponator Zero das hätte ich machen können am Stall, stimmt, das ist mir auch früh genug eingefallen, nicht? Ich hätte Tesla wieder rausholen können, die steht jetzt schon seit längerer Zeit einsam und verlassen in ihrer Box und schimmelt vor sich hin, Nein, hoffentlich nicht und bei nächster Gelegenheit werde ich sie auch wieder rausholen, um sie bald wieder unter meinem Gesäß zu wissen oder so oder so ähnlich so, das ähm, jetzt bauen wir auch noch unseren Mist unseren ersten richtigen Eponator Unfall ohne Verletzungen davon zu tragen das lief doch gut ach und guck mal ich glaube das war doch kein Unfall mein Unterbewusstsein hat mich nur gelenkt oder oder vielleicht auch die finstere magie von Killton Monster Laden nur nachts geöffnet hast du was anzubieten was ich gerne hätte meine meine Nase müsste sich sehr täuschen wenn sich hier kein Ibarock rumtreibt ah noch schlimmer das ist ja wieder dieser Kerl ja nicht allzu viel Money haben wir gibt es was was ich unbedingt bräuchte dieses Zeug wäre auf Dauer halt schon mal nett aber ach gerade nicht und ich glaube mehr wird uns Killton auch nicht anbieten können das hätte ich mir auch sparen können naja dann eben so wir gehen mal lieber zu Fuß weiter vielleicht hat der Link in meiner Abwesenheit ein bisschen zu viel Farmmilch getrunken heimlich man weiß es ja nicht so dann werden wir uns doch hier mal umsehen und mal in die Häuser schauen wer denn hier so unsere Hilfe braucht hier etwa niemand beziehungsweise die Vöglein die hier für gewöhnlich leben sind ausgeflogen wobei ein Vöglein ist da Gratian morgen was geht wir kennen uns noch nicht oder ich bin Gratian und ich erforsche antike Zivilisation naja eigentlich bin ich noch in der Ausbildung mein alter Herr hat mich auf eine Reise um die Welt geschickt du siehst auch so aus als hättest du schon einiges von der Welt gesehen oder kann man sagen du also auch freut mich zu hören wie dem auch sei es ist voll das Schicksal das für uns begegnet sind ich kann dir nämlich die super krass seltenen Rüstungen verkaufen die ich hier und dort gefunden habe die werden dir auf deiner Reise sicher voll nützlich sein zeig mal her ich hab hier ein paar echt hübsche Stücke die offenbar zum Klettern oder so gedacht sind letztens ist mein schöner Satz Barbarenausrüstung in die Hände gefallen ich hab hier noch ein paar Isolierdinge organisiert bitte sehr ach das war noch Zeiten beziehungsweise ach das haben wir gar nicht mehr was ist denn mit dem passiert ist das mal kaputt gegangen das ist doch das Hemd das wir als erstes gefunden haben auch für 50 Rubine und hier haben wir auch die Isolier Rüstung die kaufen wir uns oder gibt es noch was besseres das haben wir komplett das ist sehr interessant hier können wir selbst die gibt und selbst die Crockenmaske aber das ist sehr cool hier kann man Rüstungen kompletieren und sogar die DLC Sachen kaufen falls man sie einfach nicht finden sollte oder nur das was man schon hat das weiß ich nicht jedenfalls wird nur das leib wachen gewand angeboten gibt es da nicht auch noch den Rest ich glaube doch jedenfalls weiß ich dass uns die Isolierrüstung noch fehlt und die kaufe ich uns auch bisher schon verkaufen könnten wir auch ja zeig mal her ach so alles ich dachte nur Rüstung nee die hochgelevelte Rüstung verjubel ich doch nicht einfach nee 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 wobei die haben wir ja doppelt zwei Stern kein Stern dann könnten wir natürlich die zwei Stern verkaufen nicht und sonst haben wir alles nur einmal genau 15 für die Croc Maske für die Stiefel 200 und wie viel verlangt er dafür ach das kaufe ich tatsächlich für 50 und die Stiefel nee die haben wir ja schon die anderen meinte ich die für 800 natürlich naja er muss ja auch von was leben das gebe ich ja schon zu sehr interessant einen Holz Schild den wir nicht brauchen da sind die mittlerweile nicht mehr ganz so frisch vermelten und ihr braucht alle keine unterstützung von mir aber du dafür Hagi was ist denn wer bist du einreisender eigentlich habe ich keine zeit mich mit niederem Volk abzugeben aber gut ich mache eine Ausnahme deine Kleider und so du könntest ein paar Rubine gebrauchen oder absolut blut blut wenigstens bist du ehrlich und dort dort befinden sich wächter zwei stück sogar nicht schlecht was ein einziger davon ist schon gefährlich genug und du und du gehst jetzt und zerstörst beide von den wächtern die im tarrensumpf herumlaufen Zeitvertreib für Neureiche Aha der tarrensumpf Erstmal markieren wir die Quest und dann sehen wir auch wo wir hin müssen nämlich ah das ist Moment das ist ne nicht in Tavorasa das ist die Region gegenüber ah so verstehe logisch und das wird auch wohl gleich der Fall sein werte Mifa was wir auf jeden Fall tun alles andere wäre Selbstmord ist unsere Rüstung die werden wir anlegen und zwar die Kampfesrüstung so die Kapuze fehlt noch wo haben wir sie wo haben wir sie ganz dramatisch ist auch die Musik verstummt so das wär's jetzt können wir beginnen da sehe ich den ersten wo haben wir den zweiten da ok die sind relativ nah beieinander es muss natürlich gewittern guess what dann versuchen wir so gut es geht dafür zu sorgen dass die beiden einzeln gegen uns kämpfen müssen dafür locken wir den hier mal so gut es geht von uns weg äh zu uns hin so rum das machen wir mal so dann kommt Mifa zum Zuge so jetzt legen wir noch mal selber Hand an so tiefe Einblicke sind immer nett das wäre das gewesen Numero eins ist gemanagt all das nehmen wir sehr sehr gerne mit jetzt wird es Zeit für den zweiten der lungert da hinten rum na komm mal her gut dass wir mittlerweile für Wind und Wetter ausgerüstet sind so wir müssen bedenken der zerbricht bald alles keine schönen Aussichten und unser Schwert ebenso bei Regen ist das eher blöd ist mir auch gerade aufgefallen dann doch Holz Pfeile so direkt umsatteln äh neue Bögen könnten wir schon auch gebrauchen so jetzt aber dann doch in den Nahkampf erleiden die eigentlich Schaden durch Blitze äh sah so aus wäre natürlich auch sehr nett ich hoffe es macht ihm sehr viel aus dass ich ihm seine Tentakel abschneide so das war's schon ach so ich bin gerade erst warm geworden sehr 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 nett damit wäre auch das gegessen ging doch wirklich problemlos über die Bühne muss man sagen es spricht ja nichts dagegen die Wiese noch ein bisschen abzugrasen die nehmen wir natürlich auch gerne mit und sonst haben wir es geschafft ich habe gar keine Einblendung wahrgenommen aber wir haben getan was uns befohlen wurde von diesem arroganten Kerl aber wenn hier sonst nichts mehr zu tun ist dann zurück zu diesem Schambolzen auf dass wir nie wieder etwas mit ihm zu tun haben werden doch um uns von ihm los zu sagen müssen wir erstmal die Quest beenden also los und ich bin nach wie vor auch nach all der Zeit immer noch der Meinung dass man ruhig eine Möglichkeit haben könnte sich direkt nach Taburasa zu porten aber naja es tut auch mal ganz gut zu reiten oder zu eben zu fahren nach dem würden sie wirklich sonst nur von A nach B und wieder zurück porten da ist es auch nicht schlimm sich ausnahmsweise mal auf die altmodische Art und Weise fortzubewegen so nur die Ausfahrt darf ich nicht verpassen ist mir auch schon oft genug passiert oh meine Lieblings Jagdmethode ist so gut und zuverlässig dass sie sogar funktioniert wenn ich nicht mal achso Deponator ist verschwunden ich dachte schon ein Jiger wäre aufgetaucht dass sie mir sogar Fleisch bringt wenn ich nicht aktiv jage hallo Lani verzeih ich bin so glücklich dass du mit mir sprichst einer Reisenden die Monster sucht und einen Weg Gefährten auf dem Weg zum Stall von Ostakala soll man zumindest einem großen Monster ganz nah kommen beim Gedanken daran so sprechen ist schwierig beim Gedanken daran hüpft mein Herz so ich wollte ein schönes hüpft hinbekommen und wir hüpfen jetzt nach Taborasa da wären wir wieder in der schicken Neubausiedlung nur echt im Bauhaus look na wo haben wir ihn denn ach so deswegen ein Vergnügen für neue Reiche der Herr hier hat sich das Spektakel die ganze Zeit von hier oben aus angesehen seine privaten Gladiatoren Spiele veranstaltet hat der Werte Herr so so also dann wollen wir mal wie Gladiatoren in den Ring steigen was sagst du du bist es nur möchtest du was von mir ich habe sie zerstört ja ja ich weiß bescheid du hast beide Wächter zerstört die im Taransum herumgelaufen sind wie versprochen gebe ich den Rest deiner Belohnung komm gib Wötchen 20er naja was soll denn dieser unzufriedene Blick wundersücht etwa dass der Vorschuss mehr war als die Hauptsumme das ist der Grund warum immer warum du immer den niedrigen Ständen angehören wirst wer hat denn gesagt dass dieser Vorschuss kleiner sein muss immer diese Schirrereien mit euch unser Geschäft ist damit jedenfalls abgeschlossen los verzieh dich ich hätte aber noch gerne gewusst wer du bist dass du so respektlos mit dem Helden von Hyrule sprichst was für ein Mann der doch schon alles hat aber es gibt Dinge die man für Geld nicht kaufen kann wohlbar ich bezweifle aber sehr stark dass du von diesen Dingen auch nur im Ansatz etwas verstehst du kannst froh sein dass ich einigermaßen gut gelaunt bin so das war das und nun werden wir nicht um ein kleines Päuschen am Lagerfeuer kommen aber zuerst können wir noch mit ein paar Leuten reden Oh guten Tag kann ich Ihnen helfen Sonderlinge ja Herrschaften mit ganz abscheulichen Gesichtern und absonderliche Pflanzen die findet man dort zuhauf besonders diese große Blume im Südosten von Taborasa ist mir nicht geheuer ich habe mit meinem Mann über diese monströse Blume geredet so etwas ungeheuerliches sollte man besser nicht anfassen möchten Sie sonst irgendwas bereden Blume im Süden von Taborasa Blume was für eine Blume denn hä im eine Blume in Taborasa eine vulgäre Pflanze große Blume im Südosten von Taborasa Achso von okay jetzt sie meint tatsächlich ja weil ich habe natürlich sofort an die Feenquelle gedacht aber dann sagte sie im Südosten von Taborasa und da dachte ich hier in der Stadt so da hatte ich das kurz falsch verstanden nichts Neues für uns so ein bisschen Sport muss sein mag er auch noch so kurios aussehen so wir vergessen unsere Verärgerung über unseren letzten Auftraggeber und widmen uns neuen Geschäften wer bist du denn zum Beispiel Mox es ist heiß geworden nicht wahr da haben wir aber einen jungen herrn wissen sie denn mein name ist Mox seit meine kinder ausgezogen sind und ich pensioniert bin habe ich viel freizeit da habe ich von Taborasa gehört ich bin froh dass ich hergekommen bin mein haustier scheint es hier auch zu gefallen nun gut ich hoffe wir können uns später noch einmal unterhalten das können wir prinzipiell sehr gerne tun aber ich bin auf der Jagd nach neuen Nebenquests und natürlich schmutzigen Geheimnissen jeglicher Art so der Brunnen ist auch für gut befunden worden von mir höchst selbst aber wie ich schon sagte kommen wir nicht um eine Pause am Lagerfeuer um die Zeit zu manipulieren so nämlich weil es hier eine Quest gibt die nur zu später Stunde soweit ich weiß sogar zu einer ganz bestimmten Stunde nur gelöst werden kann wie man darauf kommen soll und davon zu wissen ist mir schleierhaft hoffentlich finden wir sie auch gleich gleich müsste soweit sein wir brauchen bloß das richtige Haus leichter gesagt als getan moment wir sollten es dann gleich sehen sollte ich mich vielleicht auf eine erhöhte position stellen würde das helfen ich sehe nichts und niemanden hm wir klettern mal da hoch aber ich ah moment warte da passiert was nee nichts verdächtiges der grazian sitzt hier immer sogar des nachts aber eigentlich sollten wir hier eine merkwürdigkeit beobachten können aber bisher ist nichts passiert und ich glaube es ist auch schon vorbei aber hier gibt es auch so viele möglichkeiten für einen schurken sich zu verstecken in der Stadt ja ja man könnte denken das sei hier ein friedliches verträumtes modernes städtchen aber nein das ist eine schurken räuber und banditen höhle drogensumpf wahrscheinlich auch nährboden für schandtaten jeglicher art und eine davon wollte ich ich als ordnungshüter aufdecken es ist mir aber nicht gelungen vielleicht ja schon in der nächsten folge für heute haben wir genug schurken gejagt oder so oder so ähnlich und so verabschiede ich mich von euch mit dem friedlichen plätschern des brunnens für diese folge danke dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten mal tschüss tschüss